Heute ist der Tag, wo ich sterbe, wegen Herzinfarkt und so. Was? Zurück. Zurück, okay gut. Wenn der Felix das sagt, dann gehen wir halt zurück. Okay, die gucken immer noch, die versuchen immer noch Teletubbies zu gucken. Jo. So, Freund. Weißt du vielleicht, wo ich hingehen soll? Hör auf! Hör auf! Nein, ich höre nichts mehr! Ich höre nichts mehr! Ich höre nichts mehr! Die Kopfhörer! Oh, Alter, nein! Ich habe irgendwas! Warum geht das nicht mehr? Jo, Felix! Die Kopfhörer funktionieren jetzt! Was? Oh, ich habe sie rausgezogen! Oh, scheiße! Alter! Ah! Er... ... ... ... ARD Text im Auftrag von Funk